Erst die Flucht aus dem Kölner Gefängnis, dann der Ausbruch aus dem niederländischen Vorzeigeknast und nun die Ankunft in Brasilien. Irgendwie scheint Detlef Kowalewski das Glück gepachtet zu haben und niemand kann ihn aufhalten. Scheinbar. Denn, wenn man nach möglichen Verfolgern immer nur in eine Richtung schaut, ändert sich das Blatt sehr schnell. Der Perfektionist, Kowalewski, der immer alles bis ins Kleinste plante, macht einen groben Fehler. Trotz der Tatsache, dass es Anfang 1990 noch kein breitflächiges Internet gab und niemand wusste, was sein Selfie bedeutet und welche Gefahren damit verbunden sind, war er zum damaligen Zeitpunkt unter Musikern sehr bekannt und in seiner rheinischen Heimat eine Berühmtheit. Und die Menschen sind auch in den 90er Jahren schon gern verreist. Das letzte Kapitel seiner Flucht wird aufgeschlagen. Warum bist du in Brasilien trotzdem im Gefängnis gelandet? Ja, weil mich ein Typ verzinkt hat an den Drogenkartell. Das heißt, der hat dich erkannt? Der hat mich wieder erkannt. Das war ein Kölner. Jetzt machen wir langsam. Also der Typ, den du aus Köln... Ja, er ist im Fall abgehauen. Der trifft dich wieder, der erkennt dich, der geht zur brasilianischen Drogenmafia und sagt... Nein, der hatte mit denen Kontakt gehabt, weil er sein Zeugs da geholt hat und der sagte, pass mal auf, ich habe jemanden, der vielleicht Macht für euch, aber ich will dann schuldenfrei sein. Der hatte Schulden bei denen und hat sich damit rausgekauft, dass er dich verraten hat. Ganz genau, ja. Und die haben gesagt, wir verraten dich nicht, wenn du für uns als Drogenkurier... Richtig. Die sind zu mir gekommen und wollten, dass ich eine Tonne Kokain nach Amerika bringe, meinem Schiff. Oder sie würden dich der Polizei melden. Genau. Und dann habe ich mein Schiff da versenkt. Ja, also wir wurden massiv bedroht. Ich habe Fotos von denen präsentiert gekriegt, wo ich mit meiner Familie am Frühstückstisch sitze, am Frühstücken sind und so und ganz massiv. Und ich wollte eigentlich abhauen mit dem Schiff. Weißt du, ich wollte aus Brasilien weg, das ist dann aus den Augen, aus dem Sinn. Aber die haben mich überall gefunden, egal wo ich war, die haben mich gefunden. Die haben immer jemanden hingeschickt. Du kommst hier nicht weg. Jeder Kapitanieer hatten die Leute, die denen Informationen gegeben haben. Weißt du, du kamst da nicht raus. Und das wäre ganz Südamerika so gewesen. Also war die logische Schlussfolgerung, Schiff versenkt. Als dieses brasilianische Drogenkartell ihn da unter Druck gesetzt hat und auch damit gedroht hat, seiner Familie etwas anzutun, war sicherlich das Ende dieser Eskalationsspirale nach unten fast erreicht. Und ich bin davon überzeugt, dass auch er selbst in der Situation gesehen hat, es gibt eigentlich keine großen Handlungsoptionen mehr an dieser Stelle. Brasilien erweist sich für Detlef Kowalewski als einziger Albtraum. Bewaffneten Beamten gegenüber zu stehen, das kennt er. Von unberechenbaren Schwerverbrechern bedroht zu werden, denen Menschenleben völlig egal sind, ist selbst für den Betontlässigen eine angsteinflößende Erfahrung. Plötzlich steckt er tief im Milieu der Drogenkartelle und den wohl gefährlichsten Menschen, mit denen man es sich verderben kann. Also ihr lebt in Brasilien. Und deine Frau wusste auch nicht, dass dieses Drogenkartell von dir diesen Dienst erwartet hat. Meine Frau wusste gar nichts zu ihr. Ich habe die komplett rausgemacht. Ich habe gesagt, das kann ich dir jetzt nicht antun, dass die die ganze Geschichte jetzt mitkriegt. Weil das ging ja jetzt wirklich um Leben und Tod. Okay, du hast einfach gesagt, so Liebling, wir ziehen jetzt weiter. Die hat sich schon ein bisschen gewundert, dass wir das relativ Hals über Kopf gemacht haben, aus Salvador raus und so. Aber ich wollte dir das nicht antun. Ja, aber deine Frau kattet dich seit Jahren. Ja, ja, ja. Die wusste doch, wenn du unruhig wirst, wenn irgendwas sich schickt, da hat sie nicht nachgefragt. Nein, du hast das Schiff verseckt. Ich habe dann das Schiff verseckt. Was hast du erzählt, du hast das Schiff verseckt? Ja, ja. Warum? Weil ich dachte, ohne Schiff. Nein, aber was hast du eigentlich erzählt? Ach so, ja, das Unfall. Ach, okay. Es hat passiert. Warum fängt man dann irgendwann an zu lügen, wenn man irgendwie den größten Mist ins Nebentodstand hat? Wenn du in Südamerika mal gewesen bist, eine Zeit lang, dann, also wir haben ein paar Mal gesehen, wo Leute auf der Straße erschossen wurden. Der eine ist unter unserem Boot erschossen worden. Der ist abgetaucht, der hat eine Bank überfallen, ist, boom. Wir waren lange vor Anker da, ist der ins Wasser gesprungen, die sind hinterher mit der Maschinenpistole direkt vor unseren Augen. Dann haben sie den am nächsten Tag hochgezogen, er hing noch eine halbe Stunde so an der Pier. Ich decke mich bei dir zum ersten Mal Angst, Detlef. Ja, das war die Momentangst, wovor wir uns gesprochen haben. Ich muss sie jetzt nicht wieder relativieren. Das war das erste Mal, dass du dir Angst hängen gestehst. Ja, ich hatte halt einfach, okay, hatte ich Angst, das ist meine Frau und das ging nicht. Verstehst du, das konnte ich dir nicht antun. Und meine Idee war einfach raus und ich war schon echt am überlegen, ob ich mich stelle. Dabei hatten wir schon einen Punkt, wo ich gedacht habe, das geht so nicht weiter. Dies wäre in der Tat der späteste Zeitpunkt gewesen, sich den deutschen Behörden zu stellen und sich in Sicherheit bringen zu lassen. Doch Detlef Kowalewski entscheidet sich auch diesmal gegen die Vernunft und lässt sich auf die Forderungen des Drogenkartells ein. Dann sollte ich für die Samples nach Frankreich bringen. Also Proben. Proben. Das waren aber dreieinhalb Kilo. Nach Frankreich? Ja. Über den Luftweg? Die Idee war eigentlich nur, dass die sich rächen wollten. Die haben mir irgendeine Scheiße gegeben, die ich am Körper machen musste. Und da war auch Metall mit drin, damit ich auch auffliege in den Drogen. Also hast du doch eingewilligt, die Drogen zu transportieren? Ja, dreieinhalb Kilo. Richtig. Und bin dann Weihnachten. Die haben auch Ticket und alles gekauft. Weihnachten rübergeflogen. Also wollte ich heute rüberfliegen. Und dann ging natürlich Alarm. Düt, düt, düt. Metall. Dann wurde ich abgetastet. Dann haben sie natürlich das Zeugs gefunden. Und das habe ich dann aber auch hinterher im Gefängnis erfahren, dass sie dann da eine Ladung mit einem Piloten über 100 Kilo in den Flughafen reingeschmuggelt haben und so. In derselben Maschine? In derselben Maschine. Und ich war praktisch nur so der Fliegenfänger. Ja. Ja, damit sich alle auf mich konzentrieren. Dann konnten die die Sachen über das Catering da reinschieben ins Flugzeug. Aber warum hast du das gemacht? Ich meine, du warst auf der Flucht. Ja, ich, und klar, aber ich hatte dann keine Chance mehr, verstehst du? Wenn die dir Sachen anruhen in Südamerika, dann machen die das auch. Ja. Und freikaufen ging nicht? Du hattest doch genug mehr. Nein, nein, da konnte ich nicht freikaufen. Bei denen. Die haben Kohle ohne Ende. Die haben ganz andere Interessen. Verstehst du? Da fing eigentlich der Höllentrip an.